Hallo! Herzlich Willkommen! Ja, wir hätten gerne fünf Stangen von diesem Arpeggio. 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 Ja, und dann zwei Stangen von diesem Clolumbia. Columbia. Ja, genau. Genau. Und dann fünf Stangen von diesem Dolce. 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 Ja, nun genug von diesem Lungo. Jetzt hätten wir ein paar Stangen vom Expresso. Es heißt Espresso. Antonio, du bist gefeuert. Das geht gar nicht. Das war es wert. Das geht gar nicht.